Jetzt sehen wir erstmal Visualpedia. Das sind Mitya, Corwin, Jan, André und Lukas und Abraham war ihr Mentor. Viel Spaß! Sehr geehrte Damen und Herren, auch nochmal ein Hallo von uns. Wir sind die Gruppe Visualpedia. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, was dieses Projekt ist und in diesem Vortrag werden wir darauf eingehen. Und dazu wird jetzt erstmal Corwin mit der Idee beginnen. Ja, also mein Problem am Anfang war es, dass es zu wenige Fakten in Umweltdiskussionen gab. Also dass es zu viele Fake News gab. Das fand ich blöd. Deswegen haben wir weitergedacht, also als erstes Mitya und ich. Und haben uns überlegt, wo kann denn jeder Mensch zu jedem Thema Fakten herkriegen. Ja, Wikipedia, das gab es schon. Aber was ist das Problem an Wikipedia? Wenn man dafür mal auf die Klimawandelseite von Wikipedia geht, braucht man leider zehn Sekunden, um einmal von oben nach unten zu scrollen. Und ja, das liest sich niemand so wirklich durch. Deswegen, lange Texte sind doof. Das will niemand. Und deswegen haben wir uns überlegt, was müssen wir denn machen. Da sind wir zu unserer Mission gekommen. Wir sollten eine Plattform machen, die übersichtlich, vernetzend, lehrreich und nicht lerndemotivierend ist. Also wir nehmen die guten Sachen aus Wikipedia und tun unsere eigenen guten Sachen dazu. Nach relativ viel Stress, ob wir es schaffen und relativ viel Mate, sind wir zu unserer Lösung gekommen. Visualpedia. Aber bevor wir den Prototyp zeigen, wird erst mal Mitya was dazu sagen. Genau. Jedenfalls, am Anfang haben wir, also ich habe eine API für Wikipedia gesucht, womit ich die bestimmte Wikipedia-Texte, sagen wir, ich gebe jetzt in einem Suchfeld Klimawandel ein, kriege ich den Wikipedia, also nimmt die API den Wikipedia-Text und filtert halt das Unwichtige raus. Und nimmt sich nur das Wichtige. Genau. Genau. Corwin hat das Frontend gemacht. Und die API war in Java und das hat zu Problemen geführt, weswegen wir, also zu Problemen mit der Kommunikation zwischen dem Programm und der Website. Deswegen sind wir auf JavaScript umgestiegen. Und Jan-André möchte euch jetzt den Code vorstellen. Okay, wir haben die Webseite mit HTML erstmal gemacht. Danach haben wir es verbunden mit dem Wikipedia-Server, mit JavaScript. Und alles schöner gemacht haben wir mit CSS. Also das ist das Frontend. Wenn man zum Beispiel hier sieht. Nein, das ist das Backend. Also das ist das Frontend. Hier wird beim zum Beispiel Suchknopf wird diese Funktion ausgeführt. Dort wird man zum Backend geleitet. Und dort wird das halt ausgewertet und wieder zum Frontend geleitet und es angezeigt. Ja, und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das alles aussieht, wenn es fertig ist. Ähm, sieht man das? Nö. Hm. Blöd. Ähm. Oh. Äh. Perfekt. Ich sehe gar nichts. Ähm, ja. Dann, wenn man hier oben einen Begriff eingibt, über den man was wissen will. Könnt ihr jetzt mal sagen. Jugendakt. Jugend. 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 Dann, äh, wird kurz geladen. Und, äh, danach sieht man hier, ähm, eine Kurzzusammenfassung, wo eigentlich schon alles drinsteht. Da kann man auf mehr lesen klicken. Dann kommt man zu Wikipedia. Ähm. Ähm, ja. Ähm, ähm, äh, hier kann man Listen sehen, wo alles drinsteht, äh, beziehungsweise die was damit zu tun haben. Und hier kann man die verlinkten Artikel sehen, die in dem Wikipedia-Artikel verlinkt waren. Das kennt ihr vielleicht die blauen Begriffe in den Wikipedia-Artikeln. Ja. Ähm, dann kann man hier drauf drücken und, äh, zum Beispiel was über GitHub lesen. Und, äh, GitHub hat ein Bild in ihrem, äh, Wikipedia-Artikel. Deswegen wird das hier auch angezeigt. Und, ja, das war unsere bisherige Webseite. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin nicht mehr zu Wort gekommen.